Oh Gott, oh war das knapp. Jetzt ist auch noch beinahe ins rote Fass reingelaufen. Du bist ins rote Fass reingelaufen? Die sagen, warte mal Jungs, wir müssen erstmal Munition holen. Die sagen, ja natürlich, okay, macht das. Der wollte Munition holen. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senzler Survival wieder hier. Und heute geht's mit Kumpel Tim Akadrazar wieder auf die Jagd in Hunt Showdown. Und drei gute Runden erwarten euch, wobei die erste und die zweite relativ kurz ausfallen. Die dritte etwas länger, dafür umso spannender. Es wird wieder herzhaft gelacht. Es gibt jede Menge Unfug, den Tim und ich da treiben. Und ja, es gibt auch Tote zu beklagen. Also, beste Unterhaltung für die ganze Familie. Zieht's euch rein, habt viel Spaß. Lasst mir gerne ein Abonnier, ein Like, da würde ich mich riesig freuen. Bis dahin, tschüssi, euer Senzler. Hat ein Kumpel geschrieben, Diablo 2 Resurrected, ist in der Beta verfügbar. Habe ich mir dann gleich erholt. Habe es dann gezockt und wollte es heute streamen. Also gestern war ich ja nicht zu Hause. Und dachte ich mir, ach du streamst heute, wenn du kommst. Und nur gut, dass du geschrieben hast. Ich habe es komplett vergessen, tut mir leid, Tim. Ich habe dich einfach vergessen. Hör doch, hör doch, achst du es doch. Meinst du, mir geht es anders. Ich glaube, wir haben alle so viel um die Ohren, da kann man durchaus auch mal was vergessen. Ja, aber das... Oh, hinter uns! Ist sofort eine Hitgekrieg. Ja, 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 das war eine Spark. Ja, ordentlich. Wo kommen die jetzt so schnell her? Das ist unverstehend. Noch eine Hit kann ich nicht brauchen. Okay, ich muss mir erst mal zusammenflicken wieder. Ich bin geflickt. Hoffentlich nicht geflickt. Von hier können ja auch welche kommen, aber scheinbar nicht. Ja, aber von wo? Tja, sehr mysteriös, oder? Ja, kann ich mir gerade auch nicht so ganz erklären. Ich bin auf die Komponente. Die sollen herkommen, wenn sie was wollen. Ich gehe doch da jetzt nicht raus, wenn da... Wenn da einer mit den Sparks rumschießt. Mhm, das ist ja nicht blöd. Hier kannst du deine Waffe sauber machen. Ich habe mich vor deinem Markieren erschrocken. Oh, wenn es schon so weit ist. Ey, was bin ich denn heute so schreckhaft? Ui, jetzt glänzt die Uppercut vom Feinsten. Hier ist ein Schrad. Ist auch gut. Leichtfuß habe ich schon. Ja, habe ich auch. Ja, aber wo ist der jetzt? Das regt mich jetzt gerade schon wieder auf. Ich gehe die Tür nicht mehr zu. Ähm, wenn sie ganz auf ist, bleibt sie offen. Ah, okay. Da ist gerade ein Begrüßungskommittier. Aber vom Feinsten. Sollen wir einfach mal weitergehen? Ja, na klar. Der kann uns am Hopsa lecken. Gehen wir Ziegelei, ne? Ja. Du sollst irgendwie aufpassen, dass er uns in den Hinterkopf schießt. Mhm. Da war er schon wieder. Er ist hinter uns. Er ist da jetzt, wo wir um die Ecke sind. Ja. Jetzt kriegt er seine Packung. Ich würde gerade sagen, jetzt... Da kommt er schon angelaufen. Haben Sparks hit. Siehst du? Ist tot? Äh? Ja, wurde von Hunden getötet. Oh, jetzt kriegst du nicht mal den Kill, Alter. Nein. Ist das ein dummer Hund? Egal. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, komm. Vorbeigeschossen. Moment. Ich will mich kurz heilen. Ich hab's abgestprochen. Schön. Alter, läuft heute. Geht ab hier bei uns. Sollen wir die mal vorsichtshalber abfackeln? Nicht, dass da doch noch irgendein Tritt rumhockt. Äh, kann man hier nicht mal so schnell so rudern mit dem Kopf? Wenn man Jäger lootet? Also ich hab... Es ging anfangs schnell und dann wird es langsam. Ist das... Was? Du weißt doch, wenn man Jäger lootet oder Leute aufhebt, dass man so schnell mit der Maus wackelt. Das geht nicht mehr. Ah, das geht nicht mehr? Nee. Ah. Irgendwann wirst du langsamer. Ja, ja. Das hatte ich mir jetzt schon fast gedacht, dass die das... Auch beim Aufheben und so. Aber die waren ja hartnäckig. Aber wenn die uns so pushen, sind sie selber pushen. Ja, die wollten sterben irgendwie. Die hat bestimmt schon ein bisschen geblutet wegen dem Hund. Mhm. Ja, schade. Aber naja, was weg ist, ist weg. Egal. Das gehört ganz gut. Du hast es ja nicht verpasst und hättest sie getötet. 100% Aber... Ah. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das wissen wir auch alle. Echtig. Ich mein, natürlich hab ich nix. Wenn mein... Wenn mein Kill-Counter hochgeht, hab ich natürlich nix dagegen. Aber dem Hund kann man das auch mal gönnen. Oh, shit. Da ist einer. Mist. Unten? Ich weiß es nicht. 83 Meter weg. Ich schätze mal... Also von dir aus gesehen links war er. Ah, da ist er. Er hat ne Wetterli. Kannst du mich aufheben? Wo lieg ich denn? Ah, okay. Ne, ist jetzt schwer. Er war oben. Deswegen... Da ist er. Rechts an der Mauer. Weiter rechts. Da. Achtung, Fass. Fass. Scheiße, ich bin gleich doof. Er hat Töte dich. Eil dich. Genau. Oh. Das ist... Ja. Das ist schlecht, wolltest du sagen. Da war noch einer... Da war noch einer in Form. Den können wir mal lassen. Den Zombie. Als Wächter, sozusagen. Ähm. Der Clou ist original im Hühnerkäfig drin. Ach, das gibt's doch gar nicht. Doch. Komm mal her. Komm mal her. Pff. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das das Salz hat. Du brennst. Nein. Ich falle dir. Ich brenne dir. Oh Gott. Oh, war das knapp. Jetzt ist auch noch beinahe ins rote Fass reingelaufen. Du bist ins rote Fass reingelaufen. Eigentlich nicht. Alter, was machst du? Liegst du im brennenden Zeug? Nee. Das sieht nicht so aus. Da ist ne... Da ist ne... Alter. Da ist ne Öllache. Aber die ist explodiert. Alter, hat mir Schaden gemacht. Die Öllache... Die Öllache hat das Fass angezündet. Oh Gott. Jetzt fehlen nur zwei Balken. Können wir bitte schnell den Boss machen? Wir können es versuchen. Ist noch weiß. Ich erschieße dir nicht das einfach. Ist nicht egal. Oh, da ist er. Geil. Ich habe da ein paar Waffen für mich entdeckt, die ich vorher nie auf dem Schirm hatte oder nie gespielt hätte. Ja. Ne, das ist ganz gut. Das würde ich jetzt auch mal wieder machen. So, ich habe... Oh, war das jetzt hier ein Lack? Bei dir auch? Gut. Ja. Ja, manchmal habe ich das auf der neuen Map. Da gehe ich einen Schritt vor und werde quasi ein Stück zurückgespawnt. Hm, hm. Finde ich gut, dass du es auch hattest. Also, jetzt nicht um Schadenfroh zu sein, sondern halt, dass ich... Dass bei dir nichts schiefes ist. ... davon ausgehen konnte. Ja, ja. Oh, den hast du ja noch mal ordentlich in den Magenkugel getreten. Ja, so wie sich das gehört. Den Schweinehund. Hast du wohl den Hund als auch mich verfehlt. Okay. Weiß ich nicht, ob... So richtig, ob ich mich drüber freuen oder ärgern soll. Ich hätte euch gerne alle beide erwischt. Das ist ja schon wieder. Das ist schon wieder. Was ist denn hier, Hundehausen oder was? Ich habe dir jetzt eine mitgegeben, kann das sein? Ja. Tut mir fast schon ein bisschen leid. Du hast ein schweres Messer, aber... Nein, 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 ich habe ein Schlagringmesser. Ah, ah, okay. Und habe dich nur mit einem schwachen Angriff getroffen, weil die Aussauer leer war. Sehr gut. Ja, wie er die Tür anaufbricht wie ein Wahnsinniger. Mich hält jetzt nichts mehr auf. Er hat seinen Kopf verloren. Er wird nie wieder der Kopf einer großen Firma sein. So, wo gehen wir hin? Lass uns mal da hingehen. Das sind schon wieder Hunde. Das ist hier. Ich würde noch den Clou holen. Ja. Das ist ein Trade. Ich glaube, keiner ausdauer. Achso, ich kann ja gar nicht mehr nehmen. Ich bin ja voll. Ja, ist noch... Wo ist denn der Hinweis? Da hinten. Wie gesagt, im Hund ist das schnell. Jetzt Geld. Oh. Schon wieder Hunde. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich glaube, ich habe sie getriggert. Ja, sie kommen. Ja, natürlich. Alter, ich gehe jetzt raus. Achtung, ich mache mal Feuer. Alter, was ist denn hier los? Wir haben nur volles Haus, oder was? Ich weiß es auch nicht. So, einen Köder habe ich abgesprochen. Ich habe keine weiteren gesehen. Den anderen habe ich gemacht. Ah, okay. Und als das dann gekommen ist, müsste er abgefackelt sein. Ich will nur mal, ob hier noch eine Kasse ist. Wir machen Kasse. Ich will es hoffen. Aber es scheint nicht so. Es wird geschossen. War das bei uns? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal einen Boss. Warum gehst du die Leiter runter? Ich will dir die Laterne aufheben. Na, dann gehe ich mal rein. Achso, ich wollte... Ah, eine Axt. Hätte man suchen sollen. Ja, ich schmeiße jetzt mal einen Laterne auf den. Und dann gucken wir mal, ob ich... Uh, hier kannst du raus. Da ist eine Axt. Ja. Ich habe eine Axt. So. Willst du irgendwas leveln an Waffen? Nö, nö, nö. Achtung. Das ist so ein Läscher... Hast du dich jetzt verbrannt? Weil ich... Weil du mich schützen wolltest. Da hängen die Ketten runter. Und ich habe auch genau... Ich wollte durch die Kette durchwerfen. Aber die geht offensichtlich all der Kette kaputt, die da runterhängt. Okay. Shit. Ich habe nur noch Mangel. Ich habe nur... Ja? Dieser Zwickmühl, wollte ich sagen. Wir laufen unter uns rum. Ich habe einen. Sehr nice. Wollen wir ihn abfackeln? Äh... Ja, warte. Ich muss mal gucken, ob ich drankomme. Ich versuche es. Keine Garantie. Ich habe eine Fackel. Hüfte brennen. Vielleicht habe ich noch drüber geschmissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach mal in die Richtung geworfen. Okay. Wir dürfen löschen. Ich habe wohl getroffen. Ab ein. Alter, du bist ja wahnsinnig. Das ist schon immer gewesen, das Angebot. Da kannst du das dazu. Der andere war unter uns im Wasser irgendwo. Ach, das ist ein Fenster. Hat aufgestellt. Fuck. Hab ich das mal früher mitgekriegt. Oh, das ist ja auch noch offen. Halleluja. Oh, ich hab die Tür zugemacht. Scheiße, komm rein. Ich schleich da so rum und hinten mein... Die hätten mir in den Rücken schießen können. Werfen wir es? Oh, sie kommen von da hin. Das ist nicht so gierig, weil ich hebe einfach mal auf. Ich muss dich kurz heilen. Schmeiß, was? Was ist das? Oh, ist da noch ein Team? Das wäre so lustig. Er hat sich selber umgebracht. Das wäre noch lustiger. Die treffen aber nicht schlecht, die Freunde, muss ich sagen. Da muss ich nicht wieder zu gierig werden. Das wäre so lustig. Der wurde gerade beschossen von einem anderen Team. Das stimmt, du spielst deine Frau. Werfen wir es. Ich habe mir das Fenster wieder zugemacht. Ich habe das Fenster wieder zugemacht. Einer ist tot. Ich glaube, hier kommen gerade... Warte mal, ist das andere Boss-Team hier? Ja. Hier sind gerade alle Teams. Ah, okay. Dann kann ich jetzt auch aufheben. Ja, ich glaube, jetzt ist es auch egal. Genau. Die können ihre Munition verschießen. Dann können wir sie pushen. Meinst du, sie melden sich, wenn sie leer sind? Die sagen, warte mal, Jungs, wir müssen erst mal Munition holen. Die sagen, ja, natürlich. Okay, mach das. Soll ich nochmal gucken? Nee, wir müssen nicht. Sehr, sehr schön. Da wollen wir Munition holen. Wir haben jetzt die Wand geholt. Du kannst dich aufstellen. Vielen Dank. Ah, fuck, die sind irgendwo schon reingekommen. 13 Meter. Da ist drin. Da ist drin. Mach die Tür zu, keine Ahnung. Huch! Puschen dich. Guck mal, da bin ich abgestoppen. Die Spritze hätte ich mir sparen können. Alter. Shit. Ja, das war... Boah, schöner Kampf eigentlich so. Quatschung.